So, ich wurde gerade unterbrochen, aber ich habe schnell Pause gedrückt und alles kein Problem, weiter geht's, ja? Bisschen hinterherfahren und Frank kann überall aufspringen. Oh shit. Was geht da los? Ach du Kacke. Ja, Michael hat natürlich keine Wumme mit, oder was? Doch, hat er. Hätte ich ihm noch helfen können, wenn ich schein. Habe ich das nicht rechtzeitig geblickt? Er schießt denn die? Ja, klasse. Habe ich servisch? Schein so. Kino-Kamera. Dad? Wait, you're the guy from the dealership. Yep, and it's a long story, bro. Jimmy. Kid, watch out for the boom. Oh, damn. Oh shit. Du willst der Action hier? Shit, shit, shit. Come on kid, come on kid. Hey, get me off the damn left. Wie wär's denn, wenn du das Ding hier mal stoppst? Ich glaube, das muss der Wagen hier nicht nur so nippt. Now, that doesn't sound good. Damn, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Hold it together. Der Wagen ist hier hin. Ah, my fucking boat. Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back here, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Das war diese Schrottmühle erst mal, wo wir in der Garage fahren, ja, oder? My boat, it's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I, I mean, I just want to impress you by selling my boat to some gangbangers. I know it sounds dumb, but it's like that. But all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you give me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! All right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks, man. Hey, so you, uh, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before I met you. No, no, not really. This little shit stays in this room all day. And I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink and look at her. Jacqueline. Why? It didn't clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other ship to feel your time. Dream of the dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Let's see how it goes on here. Where they arrived. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after. Hey, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So, you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. It dropped his bank off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? It's so, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah, come on, man. Let's trick this whip, homie. Oh, man, man, man. Reparieren, modifizieren, umlackieren. Okay. Ach so, ich kann umlackieren, um Bullen loszuwerden. Ja, das Typische halt, ne? Das kennen wir ja auch von den GTA-Urteilen davor. Ubermacht, Ubermacht sind wir in der QB, okay. Ja, reparieren. Brauchst du für die Glärtaste oder? Nee, Enter. Ja, reparieren sollte eigentlich reichen, oder? Ich muss ja nicht rumpimpen, oder so. Moment. So, und jetzt soll ich den Bengel nach Hause bringen? Mit Franklin. Hi, Mann, ich bringe dich nach Hause. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our God. The home invasion. You know what, call me what you like, Mann. Yeah, I, no, I mean, sure. Jimmy, ain't he? Or James. Jimmy. Or just like, Jizzle? Nah, Mann, I'll just stick with Jimmy, homie. So, uh, what's the deal, Mann? Huh? You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Yo, Pop's did more than talk. What'd he do? Look, Mann, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired, like fully, like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, huh, man. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, nah, man. Well, well, maybe we good together, you know, like maybe we can get shit done, we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's... Oh, man! That's cool, man. That's cool, man. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry, my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there home. You've been putting new resumes out there, but no one's iron, huh? No, I, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life. The days just kind of disappear. Hey, you play righteous slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together. You know? Yeah, I think about it, homie. Or, or we could just like, choppy, you know? Play darts, or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Holy shit. Ja, neuer Kontakt, wie ich es mir gedacht habe. Ja, nicht ein Kratzer, das war natürlich nichts. Schneller fangen, war ich wohl irgendwo auch zu langsam, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie ich das besser machen soll. Fahren wir eine Runde speichern, würde ich sagen. und dann hat sich das für diese Folge erstmal. Da müssen wir hin. Was ist das hier mit dem F? Das hat es da schon wieder auf sich. Kommt da gleich die nächste Mission, dass ich vorher vernünftig speichern kann. Das wäre ungünstig. Aber gut. Jedenfalls wird das Video halt echt länger. Eine Mission, ein Video klappt wohl nicht. Nicht immer. Schauen wir mal. Brettern wir erstmal nach Hause. Oh yeah. Das nenne ich doch mal richtig krass. Eine Fahrweise hier. Irgendwie war da gerade wieder was blau. Ich glaube das war so eine Nebenmission. Man steht da irgendwie rum und dann hat man noch eine kleine Nebenmission noch. Kann man ja früher oder später auch mal mitnehmen. Oh Gott. too close. Too close. So. What's up? Hey girl. How are you? Ich habe diese schöne Motorrad hier stehen. So. Ich kann aber hoffentlich trotzdem vorher abspeichern, weil das... Nee, kann ich nicht. Das ist ärgerlich. Aber gut. Ich habe keine Ahnung wie du gehst. Of course ich gehst. Ich bin eine Frau. Das ist nicht wahr. Aber Frau, ich habe alles gemacht, was ich kann machen. Aber du kennst dich, wie die Mannschaft sind. Warte mal. Oh, Frau. Oh, hey. Wie viel weiter? Wir haben noch nicht 5 Meter. Okay. Ich weiß. Ich habe nur gefragt. Das ist spirit-walking. Das ist spirit-walking. Das ist der Körper und der Soul. Das ist all die Rage. Oh, Frau. Willkommen. Hey, hey, don't be talking shit about your T, man. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come where? We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block, with chop? You need to walk with your fat ass. You're okay, you tall linky son of a bitch. Was hat er denn jetzt hier da vor? Warum gefällt mir das nicht? Oh man... Ah, jetzt muss ich diese Lieferwagen fahren, genau, da erinnere ich mich irgendwie auch noch dran. Da war der Sound ganz nett im Cockpit. Wenn er schon mal in einem leeren Transporter gesessen hat. So kann man GTA einfach nicht spielen. Oh man... Du hast es gesehen, Tanisha? Sie ist straight. Es ist mir und du, dass sie nicht straight sind. Ich weiß, aber ich bin in diesem Kontakt mit einem weißen Mann. Ein wirklicher Mann. Dieser Mann weiß die Straße, Mann. Ich weiß, dass er ein guter Huck-up für uns wäre. Wir brauchen keine Huck-up. Ich weiß diese Straße. Du? Ich weiß diese Straße? Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, Mann. Das ist was es. Check es mal. Ich spreche über 40,000. No problem. Cash in hand. Two days time. No killing. Nothin. No. Just startin' another beef with the fucking ballers, nigga. Das ist eine Klass-Ate-Felony-Bullshit. Wir werden unsere Geschäfte nach Hause bleiben. Niemand muss wissen, dass es uns ist. Ja, egal, Mann. Wir sehen uns über das. Was? Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir sehen uns über das. Ich bin da. Er, ich bin da. Was ist, Jungs? Du bist dein kleiner Leita? Ja. Du. Du bist ein wenig! Ich war gerade auf dich. Und? Du bist es nicht die Sache hier? Warum muss man so sein? Ich bin O. Und O.G. So what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs over here. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, bobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangstas can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangstas, insignia, mads-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga, I'm out of here. Fuck y'all, man. Fuck y'all, man. Fuck y'all, let's go. Yeah, oh, no. Als hätte man mit dem Nisa-Wagen eine Chance gegen den Motorrad. Das kann ja was werden, ja? Ich weiß aber noch nicht, was er für nicht spezielle Fähigkeit sein soll. Mann. Mann. Was soll ich denn anstellen mit ihm hier? Aber schießen soll ich mir jedenfalls nicht. Ja, dann nochmal ran hier. Ja, dann nochmal ran hier. Oh, Mann. Ich bin von der Karre runterhauen, oder? Ich bin sicher. Du bist ja nicht mehr konzentriert. Du bist ja der Special-Driving-Thing, das du machst. Ich fährt ebenfalls ziemlich schlecht. Dass ich mich mit dem Transporter irgendwie verfolgen kann. Ja. Das ist bestimmt ein Unfall oder sowas, oder? Boah! Boah, Karre hier. Oh yeah. Oh, dann hoffe ich ihm halt mal hinterher, ja? Der Hund ist schneller wie ich. Klettern, ja, machen wir. Junge, Junge, Junge. Oh, dann schau ich mal. Oh, dann schau ich mal. Oh, dann schau ich mal. Das ist ein gutes Hund. Ja wie? Ich hab ihn doch eigentlich schon gehabt. Köter hinterher. Na klasse. Kann ich den Hund spielen oder was? Das geht aber nur, wenn ich der Hund bin oder was? So, er ist ja irgendwie im Zug drin wohl. Kann ich öffnen, ja? Mit E, okay. Dann öffnen wir mal die Hütte. Stinky motherfucker. Man ain't shit in here. Where he at, Chop? Where he at? Er schnüffelt ihn jetzt oder was? Ich meine ich kann ja nichts machen. Ich kann nur gucken, ja? Der bellt da jetzt. Ja, nee, ist klar. Ich muss mich von dem Hund wegziehen, okay. Komm, mein Hürgen, Hürgen. Das war ein Fung, oder? Ja, das war ein Fung, oder? voll verrückt wir gucken wie ich das alles zurechtmache vielleicht auch schlitten in zwei videos zieh doch nicht einfach raus man scheiße ich habe dich wir haben dich du kaltest du den Telefonnest du dumm du bist du du bist du du bist du wir brauchen 40,000 das ist ich oder die Funeraldirektor du bist du du hast einfach du hast du hast du bist 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 du hast du bist du bist du ist du bist du bist du bist du bist du bist du bist du kannst ich du zu oder du ich Wie ist das denn in die Hose gegangen? Ne, bestanden. Verbesserte Reflexe. Keine Ahnung. Kann ich jetzt endlich zuhause abspeichern? Mann, 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 Mann. So ein Typ, ey. Jo, können wir. Alles klar. Dann machen wir das mal eben. Oh Gott. Gibt's ja nicht. Aber erstmal speichern. Und ja. Dann verabschiede ich mich hiermit erstmal. Bis dann. Oh.